Sie wissen, dass Sie im Lava stehen, gell? Wo stehe ich? Auf der Lava! Okay, das war jetzt ein richtiger Fail. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr schon auf unseren Fotos gesehen habt, zu Ostern haben wir mega coole neue Rollschuhe bekommen. Schaut mal, die sind doch urschön, oder? Und heute haben wir uns gedacht, spielen wir der Bonus Lava auf Rollschuhen. Das war's. 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 Okay. Gut. Im Gegensatz zu dir baue ich jetzt halt Muskeln auf. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich genieße die Aussicht auf die Schwäne da vorne. Ja, ein Leben weniger. Weiter geht's. Weiter geht's. Oh Gott. Ja, das hilft, wenn man nicht klein ist. Ich kann nicht mehr lange. Wie lange dauert das Lava noch? Wie lange dauert das Lava noch? Ja, das ist gut. Wie lange dauert das Lava noch? Wie lange dauert das Lava noch? Wuh! Ja, du hast dein Leben weniger. Aber es war cool anders heute. Dankeschön. Dankeschön. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Ich brauche Musik zu das Lava! ARD Text im Auftrag von Funk Musik Es ist gemütlich hier. Musik Es kommt immer so überraschend. Es kommt immer dann, wenn es am ungünstigsten ist. Musik Mich kann nichts erschrecken, mich kann nichts erschüttern. Musik Langsam kenne ich die Taktik vom Lavagott. Musik Es ist gemütlich. Musik Aber so geht es ein bisschen besser. Musik Ja, jetzt geht es vorbei. Musik Joak. Was geht es? Was geht es? Was geht es? Ich dachte, den Boden ist nicht berührt. Der ist Lava. Ich bitte? Der Boden ist Lava, ich dachte den Boden nicht berührt. Das Lava darf wohl nicht berühren? Nein. Warum nicht? Weil ich sterbe sonst. Ach so. Und ich verliere Leben und das darf nicht passieren. Okay, dann musst du einen großen Sprung machen. Johanna. Sie wissen, dass Sie im Lava stehen, oder? Wo stehe ich? Auf der Lava. Keine Ahnung, das ist ein Belog. Und was hat sie jetzt noch? Den Boden nicht berühren, weil der ist Lava. Aha, okay. Wiedersehen. Tschüss. Wieso? Die glauben alle, wir sind blöd. Ja, wirklich. Heute bin ich schon zu schwitzen, ne? Scheiße. Scheiße. Oh Gott, wie peinlich. Ich darf einfach irgendwas drücken. Sehr gut, einfach. Gucken wir mal, dass jetzt nicht die Feuerwehr kommt. Oh Gott, das ist ja unbeleidig. Für den Rest der Woche Muskelkater. So. Oh Gott. So. 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 Ich liebe Stifte. Ich hoffe, das bricht nicht. Das war jetzt so urknap, die Lava hat mich fast erwischt. Bei dir? War bei dir Lava? Ja, ich hab's nicht geschafft. Egal. Okay, das war jetzt ein richtiger Fail. Ja, ich hab's nicht geschafft. 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 Jetzt kann ich hundertmal durchfahren, schau, ich kann da auch nicht fahren. Jetzt bin ich mit dem Pitschnass, aber es ist der See schon egal. Aber soll ich auch mal durchfahren? Ich bin mit dem Pitschnass. Ich bin mit dem Pitschnass. Ich bin mit dem Pitschnass. Es ist Corona. Ich bin mit dem Pitschnass. 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 Ich bin mit dem Pitschnass.